Herzlich Willkommen zu meinem klitzekleinen Silvester-Special. Also, der Sinn des Videos ist einfach nur, ich wollte einfach nur euch allen einen wirklich guten Rutsch wünschen ins neue Jahr 2010 jetzt. Also, dass ihr ein frohes Jahr habt. Und ja, ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben, die ich euch auch noch erzählen will. Fable zu Fable werde ich auf jeden Fall weitermachen. Ich werde es ganz durchspielen auf Video, aber das wird noch sehr lange dauern. Es könnten wirklich an die 100 Parts locker werden, weil Fable ein langes Spiel ist, wo man auch viele Nebensachen machen kann und alles mögliche. Deshalb habe ich mir überlegt, ich mache noch ein kleines Nebenprojekt, also ein nicht so großes Spiel für Nintendo, Super Nintendo oder SNES, so was halt. Ich habe mir überlegt, ich wollte Kirby weitermachen. Habe ich noch nicht, hatte ich zur Zeit vergessen. Also, ich werde auf jeden Fall Kirby noch weitermachen jetzt dann, so als Nebenprojekt. Und nach Kirby müssen wir halt gucken, was wir da machen. Also, auf jeden Fall kein großes Spiel, weil ich kann euch schnell mal hier zeigen, ich bin gerade am Video hochladen. Ihr seht, 114 MB hat das Video, wenn es gerendert ist, schon. Und es braucht ungefähr, naja, jetzt sind wir bei 36 Minuten, das lädt schon eine Zeit lang. Ja, es ist lange, es ist ein großes Video. Ich kann euch hier zeigen, wie groß ein Part ist. Also, so. Ihr seht, der Part ist ja zum Beispiel fast 15 GB groß. Und 15 GB, ja, das dauert erst lange zu rendern und alles, aber ich mache auf jeden Fall weiter. Keine Angst. Ja, was habe ich noch? Ja, ich habe mir, ähm, ich bin dabei mir Photoshop runterzuladen, um mir einen schönen Hintergrund zu gestalten. Ich habe mir angeguckt, wie es geht, aber ich muss noch finden, irgendwie eine gute Version von Photoshop, eine Testversion, naja, 30 Tage Testversion oder so würde reichen für mich. Ich muss ja nur meinen Hintergrund gestalten. Ich hoffe, ich kriege das einigermaßen gut hin. Ja, und dann wollte ich auch noch, ja, ähm, was haben wir noch für, ne, so. Also, dann wollte ich auch noch, hier, mich, Moment, Internet ist langsam wegen, hochladen, das ist ja Wahnsinn. Ja, ich wollte mich bedanken bei all meinen treuen Abonnenten. Und, lädst du jetzt mal? Ja, also, ich wollte mir, mein Gott, lad es doch bitte. Und, ja, ich wollte mich bedanken, also bei all meinen Abonnenten, die mir treu bleiben, die meine Videos anschauen, die bewerten, vielleicht sogar Kommentare schreiben. Und, ihr seht, es sind nicht viele. Es sind nicht viele Abonnenten, aber, ähm, ja, es ist mir eigentlich recht egal, ob ich jetzt 30 Abonnenten habe oder 1000. Ich werde auf jeden Fall weitermachen mit meinen Videos, weil sie machen mir Spaß und wenn sie euch Spaß machen, dann ist es super. Also, ich werde weitermachen, auch wenn ich keine, nicht viele Abonnenten habe. Ich bin nicht so, also, mir ist es egal. Also, nicht ganz egal, aber es ist nicht so schlimm, wenn ich nicht viele Abonnenten habe. Es geht mir wirklich nicht wirklich so hart um die Abonnenten. Aber, ja, ich finde es einfach nur toll, wenn ein paar Leute meine Videos gefallen und sie anschauen und bewerten. Ja, ich wollte mich dafür einfach mal bedanken und das war dann eigentlich auch so ziemlich alles, was ich sagen wollte. Ja, ich habe einen neuen Hintergrund, Elfenlied, weil momentan hat es mir da sehr angetan, das anzuschauen. Und ich werde mir wahrscheinlich auch den Manga kaufen, damit ich weiß, wie es weitergeht. Weil, offenes Ende am Anfang, am Anime, aber, ja, was gibt es noch zu sagen? Fällt mir jetzt spontan noch irgendwas ein? Naja, eigentlich nicht. Okay, dann, nochmal danke und ich wünsche euch noch, hier haben wir noch, also, frohes Silvester. Ich hoffe, ihr macht auch ein großes Feuerwerk, habt Spaß, feiert schön. Und dann, also, frohes neues Jahr wünsche ich euch schon mal, auch wenn es noch ein bisschen früh ist. Wir haben noch ein paar Stunden hin, aber wenn ich es zu spät hochlade, dann seht ihr jetzt wahrscheinlich die meisten heute nicht mehr. Darum lade ich es jetzt recht früh hoch und, ja, okay, dann bis 2010. Wir sehen uns dann. Ciao. Hoffentlich.